Ich werde eine Kanone bauen, mit der wir in der Lage sein werden, alle möglichen Dinge bis ins Weltall zu schießen. Warum, Kina? Weil er was erleben wollte? Frag ihn! Wenn er was erleben will, bringt er sich doch nicht um. Was ist nur aus uns geworden? Ich, ja? Ich soll nicht so tun, als würde ich Sebi nicht kennen. Er macht sich über mich lustig. Habt ihr mal darüber nachgedacht, dass er vielleicht das Opfer eines Verbrechens wurde? Das Opfer eines Verbrechens? Ja, da geht doch was nicht mit rechten Dingen zu. Elisabeth, schau mich an. Nein, ich schau dich nicht an. Schau mir in die Augen. Nie mehr werde ich dich anschauen. Ah, natürlich ist es eine Waffe. Aber was verstehst du schon von Waffen? Und in die Äste haben die Leute Kürbisse gehängt. Das ist eine Spezialität der Region. Die nehmen die Kürbisse, höhlen sie aus, verzieren sie und hängen sie in die Bäume oder Sträucher oder unter tieferer Dächer. Die Kürbisse sind auch weiß lackiert. Sie wiegen sich im Wind. In den Kürbissen sind Klöppel befestigt, sodass sie das Geräusch von Glocken machen. Die Kürbisse sind auch nicht mit der Kürbisse. Die Kürbisse sind auch nicht mit der Kürbisse.